Ich finde, man soll über sensible Themen immer so sprechen, als ob Betroffene im Raum wären. Also das heißt, so sprechen, als ob man mit ihnen sprechen würde, weil oft ist es ja leider nicht der Fall oder vielleicht ist es ohnehin der Fall, dass jemand drinnen ist, aber die Person hat sich halt nicht geoutet oder nicht erkennbar gegeben. Und das heißt, es erfordert eine große Aufmerksamkeit im Umgang mit Begriff und im Umgang mit Menschen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Vorlesung über Gerechtigkeit, haben wir diskutiert über Geschlechtergerechtigkeit und auch über die Frage, was ist unser Geschlecht überhaupt zu verstehen. Und da habe ich einen dekonstruktivistischen Standpunkt, wo es einfach darum geht, dass die primäre Größe die Identifikation ist. Und da habe ich schon immer wieder ziemliche Auseinandersetzungen. Ja, was heißt das jetzt im Zusammenhang mit Transgender, mit Intergeschlechtlichkeit? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man überhaupt darüber sprechen? Und das ist ja ganz interessant, gerade im Bereich der Gender und Queer Studies, da galoppiert die Sprache ja nur so dahin. Also kaum hat man sich quasi an eine Sprachregelung gewöhnt, kommt schon wieder die nächste. Und das ist natürlich immer von dem Anliegen getragen, möglichst sensibel und anerkennend zu sprechen. Aber das heißt natürlich, Menschen, die noch nichts davon gehört haben oder nur wenig davon gehört haben, die kennen die Sprache oft gar nicht. Und dann ist es mir einfach sehr wichtig, ihnen sehr liebevoll mal beizubringen, ja, also es geht um dieses Phänomen, aber dieses und jenes, so sagt man es heute nicht mehr. Also zum Beispiel das Wort Geschlechtsumwandlung, das ist völlig veraltet, davon spricht man nicht mehr, weil es darum einfach nicht geht. Und ihnen einfach beizubringen, wie ist die Begrifflichkeit und ihnen immer deutlich zu machen, wenn wir über andere sprechen, dann müssen wir uns eigentlich vorstellen, wir müssten mit ihnen sprechen und uns überlegen, wie können wir ihnen respektvoll gegenübertreten, ja, und einfach uns auch was überlegen, mit Blick auf unsere eigene Sprache. Obwohl ich sehr darum bemüht bin, dass quasi nichts passiert im Sinne von Polarisierung, Polarisierungen, wo es dann auch womöglich zu Verletzungen kommt von Studierenden, aber das kann natürlich sein, dass sich dann eine Debatte doch zuspitzt, um nicht zu sagen, dass sie möglicherweise eskaliert und dann versuche ich irgendwie so zu intervenieren, dass diese extreme Spannung sich ein bisschen abbauen kann. Also sei es jetzt zum Beispiel, dass ich eine Bezugnahme auf populärkulturelle Phänomene mache oder dass ich eine Anekdote aus meinem eigenen Leben erzähle, um irgendwie deutlich zu machen, da gibt es einen Weg, den man zurücklegen kann oder auch um einfach so ein bisschen Spannung rauszunehmen aus dem Raum. Und mir ist es halt einfach sehr wichtig, dass es nicht zu Verletzungen kommt bei den Studierenden oder dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie in dem Hörsaal herablassend, respektlos behandelt werden und dass sie von der Lehrveranstaltungsleiterin, also in dem Fall von mir, dann keine Unterstützung bekommen. Und darum bin ich sehr bemüht, dass sich Studierende unterstützt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können was sagen, dass sie aber auch damit rechnen müssen und damit leben können müssen, dass sie nicht die Meinung auf ihrer Seite haben. Das kann natürlich schon passieren, dass dann jemand mit seiner eigenen Position ein bisschen einsam dasteht. Aber das ist natürlich etwas, das muss man aushalten. Also wenn Positionen vertreten werden in meinem Kurs zum Beispiel über Menschenrechte und Demokratie oder auch im Kurs aus den Legal Gender Studies, wo ich den Eindruck habe, die schrammen also irgendwie schon knapp an der Menschenfeindlichkeit vorbei oder kommen irgendwie in die Richtung, dann versuche ich die Studierenden dazu aufzufordern, ihre Positionen auf ihre Prämissen hin zu hinterfragen. Also was sind eigentlich die Grundlagen, von denen sie ausgehen und wenn sie von den Prämissen ausgehen und dann ihre Schlussfolgerungen ziehen, ob das etwas ist, was sie wollen können, was sie persönlich wollen können oder ob das etwas ist, was man für die Gesellschaft wollen kann. Also es geht dann wirklich darum, eine Art Test, eine Art Anwendungstest zu machen. Daspsycher Janis